Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie zuerst die Aufgaben, hören Sie dann die Texte. Jetzt ist Herr Fichte am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Ja, also, als Kind bin ich mit meinen Eltern in viele Museen und Ausstellungen gegangen. Ich habe immer hier in der Großstadt gelebt. Am besten gefallen mir die Kunst von heute und die Fotografie. Ich fotografiere ja auch selbst gern. Zum Beispiel Menschen und Tiere in der Natur. Zwei Liebe Zuhörer, das Wetter im Norden bereitet uns heute einige Probleme. Es gibt schon am Morgen viel Regen und am Nachmittag kommt noch starker Westwind dazu. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bei 10 Grad kühl und windig. Nur im Süden ist es heute und morgen bei 18 Grad warm und trocken. Achtung, liebe Gäste! Das Abendessen gibt es heute erst um 19 Uhr. Leider ist unser Koch krank. Wir bekommen das Essen heute und morgen aus der Rathausküche. Es gibt heute Abend Waldorfsalat, Rinderbraten mit Gemüse und Schokoladenmus. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und wünschen guten Appetit. Vier Hallo, Elisabeth. Hier ist deine Schwester, Maria. Toll, dass du mich besuchen willst. Ich hole dich morgen um 14.30 Uhr am Bahnhof ab. Wir fahren dann zusammen mit dem Bus nach Hause. Die Fahrt dauert nur fünf Minuten, aber so müssen wir deine Tasche nicht tragen. Gute Reise. Ich freue mich, dass du kommst. Bis morgen. Fünf Hallo, Malte. Du spielst doch so gern Tennis. Mein Club organisiert am Wochenende eine Tennisveranstaltung für Spieler ab 18 Jahren. Wenn du willst, schicke ich dir per E-Mail alle wichtigen Informationen. Wir sind schon acht Personen, suchen aber noch zwei Teilnehmer. Toll, wenn du auch mitmachst. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text nur einmal. Wählen Sie für die Aufgaben ein passendes Bild aus A bis I aus. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Höhen 11 Hallo, Peter. Wie war der Urlaub auf dem Campingplatz am Meer? Hallo, Sarah. Der Urlaub war toll. Aber ich war am Gardasee zum Surfen. Mit meiner Frau und meinem Bruder Klaus und seiner Familie. Er ist aber nur im See geschwommen. Nach einer Woche Urlaub musste er schnell wieder zurück in seine Bäckerei. Ach so, und deine Schwester? Ist die nicht mitgefahren zum Surfen? Nein, Carina war mit ihrem Freund in Spanien. Sie findet die Sprache dort so toll. Dann hat sie sicher noch besser Spanisch gelernt. Ja, und deine Schwester Maria wollte ja zuerst auch mitfahren. Aber dann ist sie doch zu Hause geblieben. Ich glaube, zwei Wochen Spanien war ihr als Studentin zu teuer. Und so haben Maria und Stefan auch im Sommer gearbeitet. Sogar zwei Monate lang. Stefan treibt ja gern Sport. Und so hat er jeden Abend Tennis gespielt. Na ja, und du weißt, Maria hat sich viel um eure Hunde gekümmert. Ja, das war lieb von ihr. Ich möchte auch gern mehr Tennis spielen, aber ich habe leider nie Zeit. Mein Weg zur Arbeit ist sehr lang. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich eine Stunde und mit dem Bus 40 Minuten. Mein Bruder Matthias hat auch das Problem. Er möchte gern Marathon laufen, aber er hat nachmittags so viel zu tun. Er muss immer für die Universität lernen und meinem Vater im Geschäft helfen. Das macht ihm nicht viel Spaß.